Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu CastleCrasher, mein Name ist Rotmeck und mit dabei ist wieder der überaus motivierte und was hast du für Probleme, Teich Titti. Hallöchen! Hast du ADHS oder was ist los mit dir? Meine Güte. So, ja, wir haben nach der letzten erfolgreichen Folge, darf man mal sagen, ist auch nicht so oft vor, haben wir, ja, wir haben gewonnen und das Spiel ist fertig. Nein, wir haben dieses kleine Vieh hier bei ihm aufgesammelt und jetzt wollen wir mal schauen, was dieses Vieh für eine Fähigkeit hat oder eine Eigenschaft hat. Und dazu bitte an die Tafel mit dir. Rami rennt Feinde um. Das ist eine gute Fähigkeit. Weißt du was? Weil meine Vieh so scheiße ist und ich mit dem nur schnell im Wasser bin, werfe ich das weg. So, ab in den Stall mit dir. Ja, wir sollten es ab jetzt immer so machen, einer von uns hat ein Vieh und der andere legt das Vieh ab, damit wir neue Tiere auch kriegen können, weißt du? Sonst nicht, dass wir die dann nicht aufnehmen können in dem Moment. Genau, ist halt die Frage, ob man das aufnehmen kann oder nicht, wenn wir beide ein Vieh haben. Genau, genau. Aber wir wollen kein Risiko eingehen. Richtig. Aber Rami ist schon ganz schön gut, wenn der Feinde umrammt. So, dann gehen wir raus und machen gleich mal weiter, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden. Ah, du bewegst dich. Ich bin faul. Nee, du bewegst dich. Okay. Weil ich, äh, ich hab mich schon wieder verlaufen, weißt du? Ja, dadurch, ja. So, jetzt müssen wir auswählen. Machen wir Blumenfeld oder machen wir industrielles Schloss? Das Schloss würde ja dann, ist eine Sackgasse, ne? Ich denke, wir machen eher beides gleichzeitig, weil... Ach nee, doch nicht. Das sind Läden, da können wir einkaufen gehen. Ah, super. Der teilt sie nie wieder. Für 44 Dollar gibt es hier Magie plus 2 und Schild minus 1. Das ist nicht schlecht. Übrigens, hier kostet so ein Trank 2 Gulden mehr, ne? Aber ich glaube, der heilt vielleicht auch mehr. Ja, das kann natürlich sein. Der sieht auch größer aus, ne? Was ist das hier plus 2? Okay, das ist bei dir Magie. Das könntest du gebrauchen. Ja. Magie-Schaden. Da haben wir Bomben. Was bringen die? Was bringen die denn? Ich denke, die können wir werfen, so wie den Bogen, weißt du? Ich kaufe mir mal einen. Okay. Und dann kaufe ich mir... Ja, ich kaufe mir mal auch mal einen. Sicherheitshalter. Einfach mal zu wissen. Das ist die hier. Plus 2 Magie. Hallo? Den kaufe ich nicht. Das nehme ich... Ah, nee. Die Waffe ist... Meine... Nein! Das ist meine Waffe weg. Die Waffe wird aber doch zurückgelegt in... Äh... In unseres... Äh... Na? Genau. Zum Schmied. Die wird da wieder hingelegt. Und ich will die andere Waffe wieder. Weil das ist... Das ist scheiße. Ja, aber du hast doch Magie. Du machst doch den Magie-Schaden. Ja, aber der hat auch Magie hier. Ja, aber nur plus 1. Ja, also wenn du das vergleichst... Ist das jetzt die Vergleichswerte oder ist das jetzt... Hier, warte. Hier. Der macht plus 2. Und der macht nur plus 1. Und da du ja ständig deine Magie einsetzt... Ist das ein Vergleichswert? Ist die Frage. Ja, ja. Ja, ja. So soll es sein. Aber ich... Bei mir steht jetzt hier, es macht plus 1 Magie. Genau. Also im Gegensatz zu dem, was ich jetzt schon trage. Genau. Oder ist das der... Nee, nee, nee. Das ist allgemein. Also das gibt dir allgemein plus 1 Magie. Und das andere plus 2. Gut, dann gehen wir raus. Dann gehen wir raus. Ich komme da nicht raus. Ja, jetzt komme ich raus. Das ist was er gesagt hat. Alles gut. Aber dann würde ich das hier zuerst noch machen. Moment, bevor wir da... Nee, Moment. Ja. Ja. Hier. Oder? Oder gehen wir da auf die andere Insel? Wir gehen da auf die andere Insel dann. Mal ganz kurz. Ich würde mal gern was gucken. Was ist das hier? Diebesarena? Das? Das habe ich schon gemacht. Oh. Oh. Okay. Fight. Oh, Rami hat dich umgerammt. Hast du gesehen, ja? Habe ich gesehen. Oh. Die Rami ist scheiße. Hier. Au, au, au. Das kannst du haben. Au, au, au. Ja. Geh weg. Rami hat dich umgerammt. Ja, mein Kamel rammt dich um. Oder mein Tromeda hatte nur einen Höcker. Au. Ja. Da siehst du alt aus. Komm her, du. Wie im alten Rom hier. Ei. Ah, komm. Erstmal runterhauen. Alter. Jetzt wollte ich dir hier die... Der tanzt auf meiner Leiche. Unglaublich. Aber ist ja interessant. Okay. Also müssen wir echt mal immer mal gucken, wenn so ein Zweig abgeht. So wie mit dem industriellen Schloss. Das scheint ja auch irgendwas besonderes zu sein. Hier unten. Genau. Schau mal da rein. Das ist ein Level. Äh... Oh. Oh. Die neue Prinzessin. Ich lache. Du bist nicht muskulös genug. Ich kann das nicht lesen, wenn du das weiter drückst. Ich drück nichts weiter. Du bist nicht muskulös genug, um diese Tür... Hahaha. Moment. Du bist nicht muskulös genug, um diese Tür zu brechen. Aber weißt du, was ich für euch bin? Elektroschocker. Nee. Du bist verpufft alles. Ich glaube, das bringt wirklich nichts. Ja. Ich glaube, wir haben keine Chance. Ich glaube, wir müssen erst stärker werden. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo einen Schweißbrenner holen. Gehen wir da mal weiter. Puh. So. Der König ist dabei. Ah, der König rennt wieder vorweg. Was zur Hölle? Um die Bienen. Oh nö. Ich hasse Bienen. Ich möchte da eigentlich mal ein bisschen, ähm... Ah, voilà. Oh, die ist dabei. Sagen die meine Ritze nicht mehr, oder was? Na, kommt nur her, ihr Bienen. Da hat er ein Level ab. Level 11. Graz. Weiter geht's. Weiter, weiter. Da hinten ist eine Münze. Die darf ich nicht stehen lassen. Du, sag mal. Darf ich auch mal was machen hier? Moment. Ich komme gleich wieder. Der haut hier einfach mal alles mit seinem Pferdchen weg hier. Na gut, dafür. Und ich schmier die Kohle. Der haut einfach alles weg. Aber du hast echt ein bisschen, äh... Oh nein. Oh, da bist du rein. Ich kann da nicht. Wieso kann ich da nicht rein? Ah, jetzt. Hui! Ich bin allein. Du lässt mich wieder alleine. Toll. Da bin ich ja schon. Nur die Ruhe soll freuen. Ich und mein, äh... Holz. Ich und mein Holz. Holz, sie, Holz, sie, Holz. Ich will hier weg. Dann kann ich hier... So. So. Die verprügeln die hier so. Ei, ei, ei. Unglaublich. Diese kleinen Ritter. Da gibt es wahrscheinlich noch was. Der lebt noch. Der muss erstmal weggemacht werden hier. Der Dreck muss erstmal weggemacht werden. Weg mit dem Dreck. Ja, super. Dann liegen die alle hier... Oh, hast du eine Bombe geworfen jetzt? Ich habe keine Bombe geworfen. Ich versuche das mal mit der Bombe jetzt. Mit B. Ich hätte mal auf die andere Seite. B, du hast mich jetzt in die Luft gesprengt. Was ist denn mit der Bombe? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Oh, ich sehe auch so wenig irgendwie. Sieht man auch noch nichts. So, hau das Ding weg. Alles klar. Oh, ich dachte gerade. Wird auch viel Schaden hier. 35 Schaden. Ist nicht schlecht. Oh, du hättest was essen müssen, ne? Ja, ja. Sehe ich gerade. Ich kenne das ja nicht anders. Entschuldigung, beim Essen da kenne ich nichts. Oh, eine Prinzessin. Meine. Und voll auf den Kuchen. Ja, der andere hat weniger Glück gehabt da. Okay, die Kuchen hier machen... Ah, das sind ihre Bomben. Okay. Das sind nicht die unseren. Kannst du die Kuchen essen? Ja. Bin schon ganz fleißig dabei gewesen. Ich darf die Früchte nehmen und der darf wieder Kuchen fressen, ne? Alles klar. Ja. Man muss Prioritäten setzen, würde ich behaupten. Ich hoffe aber, dass die Torte da weniger Lebenspunkte gibt. Das wäre dann, ähm... Ja, auch für die Kinder was lehrreiches, ne? Kuchen ist okay, aber... Aber gibt weniger Lebenspunkte. Kann ich dieses... Nimm mal den Cookie hier, der rechts verliegt. Ich möchte das Gold... Du musst den Tisch einschlagen. Aha. Oh, die werfen Bomben. Pass auf. Aua. Ja, die Bomben. Die guten alten Bomben. Weg damit. Oh, pass auf. Du musst das unbedingt da unten essen dann. Ja, ich versuche es hier. Aber der Tisch... Der Tisch ist so stark. Alles klar. Aber im Griff. Aber im Griff. Das her läuft es ziemlich gut. Gleich kommt wieder irgendein Boss, wo wir uns denken... Äh... Gut, wir haben ja zum Glück wieder Heiltränke. Die sind ausgerüstet. Ja, aber das würde sich wirklich, äh... Gut geben hier, ein Boss. In diesem Schloss hier. Könntest du mir bitte... Die Dinge nicht aus meinen... Strahlen schlagen. Das ist... Ah. Komm, ich lasse dir den übrig, okay? Ja, den einen. Den einen. Danke. Gerne. Da kommen die Nächsten. Und ich habe schon fast kein Life mehr. So ein bisschen... Ich hau' den hier mit meinem kleinen Birkenstab. Der Hürtenstab. So. Da wird nicht geheiratet. Wollte ich gerade sagen. Warum haben die eigentlich Laserschwerter? Kann mir das mal jemand... Oh, 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 oh. Wie? Der haut aber rein. Meine Fresse. Ja, nix da. Wo bin er hin? Äh, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Du darfst da auch nicht rein. Das ist alles rot. Rot ist tot. Da musst du raus. Sehr schön. Die Kleine hat richtig Freude. Schau sie an. Boxen, Boxen, Boxi. Ja, ja, ja. Oh. Oh, ich habe gerade gedacht, der ist seinen Kopf weggeflogen. Schön. Schön, Rot weg. Oh, sauber. Oh. Komm jetzt, deiner. Dann haue ich ihn mit dem... haue ich ihm einmal hier mit meinem Zweig eins auf, mit die Rübe. Achtung. Wie schnell ist der denn jetzt? Achtung. Bomben. Bombenangriff. Bombenangriff. Oi, 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 oi. Jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Ach du Scheiße. Junge, komm mal klar hier. Und die Kleine hat wieder richtig Spaß dran, nimm mal. Ja, Boxi. Die heult eigentlich und freut sich gleichzeitig. Ja, Gewalt. Finde ich geil. Ja. Rot, Meg. Ja, ist A. Ja, sehr schön. Und ich hau auch nicht mehr rauf. Nein. Ich muss, äh, ich muss noch einen Heiltrank nehmen. Ah, wir haben es fast geschafft. Ja. Oh, Vorsicht. Ja. Alter. Ach du meine Güte. Völlig übertrieben. Jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Komplett. Ah. Die alte, ne? Hast du Spaß? Ne? Hast du Spaß? Ja. Zeig mir deine. Ah. Zeig, was? Rot weg? Ja. Zeig mir dein Holz. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja, nichts Vorsicht hier. Ich hab den im Griff. Jawohl, schön. Heirate mich. Okay. Oh, ähm. Oh, nee. Vor allem, warum ist der bei der Hochzeit erstmal dickkacken? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist eine Toilette, das hab ich erst jetzt gesehen. Oh, der Humor ist einfach unbezahlbar. Oh, ho, 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 ho. Da kommen wir. Jetzt geht die Schlacht los hier. Was müssen wir denn machen? Ne? Ich glaube, die kommen jetzt da rauf und müssen die, genau, wieder runterboxen. Äh, okay, also du darfst nicht runterfallen, ja? Ja, das ist, das ist meistens so im Spiel. Meinst du, ja? Ja. Kenn ich, äh, aus dem einen oder anderen Spiel so. Aber wenn wir die runterlassen können... Können wir mal was machen. Boah, wir... Ey, unsere Kombos richtig gut, ne? Wenn du die Blitze machst und ich auch noch rauf haue... Das ist so. Also eigentlich, wenn da beide drauf hauen, dann ist es richtig geil. So, Level up. Jetzt, äh, ja. Einäuge. Ein Auge. Zyklo. Na? Ihr ganzer Haben. So, mein Ast. Mein Ast beschützt uns. Ach, eine Bombe. Und er läuft, er läuft voll in die Bombe rein. Au, au. Okay. Äh, wo bin ich denn? Oh, nein. Wo bin ich? Oh. Ähm. Nicht schon wieder so einer. Ja? Oh. Alter, was? Was? Wie wollen wir denn hier entkommen? Rüberspringen. Vermute ich mal. Ja, super. Vorsicht. Ich glaube, ich... Ich gönne mir hier noch einen Trank. Au. Ich gönne mir unbedingt noch einen Trank. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, wenn der... Ich habe keine Tränke mehr. Scheiße. Au. Alter, ich verstehe das nicht. Auch nicht. Wo soll man denn hin? Ja, wo soll man da hin? Was ist dein Plan? Au. Ich bin gesprungen, das geht gar nicht. Aber wir haben ihm schon ein bisschen... Hast du Bomben bei? Nein, leider keine mehr. Nein. Muss ich ihm Schaden machen, oder was? Ich habe die eine Bombe auf ihn geworfen, ich glaube... Aber wir müssen ihm Schaden machen. Jetzt verstehe ich es. Komm. Nochmal. Ist sowieso down. Okay, alles klar. Sehr schön. Au. Er springt noch runter. Wir haben es geschafft. Au. Au. Okay. Rein in die Höhle. Geht's. Weiter geht's. Oh, essen, essen, essen. Ja, und da esst du alles. Du hast volles Leben, mein Junge. Nein, ich hatte vorher kein volles Leben. Ja, sagt er jetzt. Also für Bosskämpfe ist die Magie echt cool. Absolut. Das ist da einen ganz großen Vorteil. Für so mehrere Gegner bist du eigentlich ganz gut gewappnet hier. Aber für Einzelbosse da... Na, nee. Also wenn sie bei dir in der Reihe stehen, bist du auch ziemlich gut drauf, ne? Ja, man muss sie ja auch noch treffen, ne? Ich muss die ja auch noch treffen. Ah. Ah. Wack, 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 wack. Ah. Dieses 3D-Spiel. Mach mich fertig. Sag mal, wie... Lange wollen die denn überleben? So. Nicht gut. Doch, da ist noch einer. Ah. Da ist noch einer. Alles klar. Schon wieder. Arschgesichter wieder. Und... Oh, oh. Ich hab fast kein Life mehr. Scheiße. Ich hab echt kein Life mehr. Au. Du musst mich wieder belieben. Ich hab das Gefühl, die machen sich grad sowieso schon selbstfertig. Da hat's ne Banane. Und er aß. Die Banane. Dum, dum. Au, 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 au. Stop, stop, stop. Stop, stop. So nicht. Oh. Das war das Falsche. Hau die mal weg. Und dann belebe ich mal wieder. Gottmec, ich spiel ohne dich weiter, ja? Ja, machst du gut. Machst du fein. Ich bin dein... Kloplin. Ja, genau. Jetzt geh über rechts, über links. Ja. Schön. Also Rami ist echt effektiv. Den musst du dir dann auch holen. Oder wir tauschen mal nächste Runde. Nächste Runde kriegst du den dann. Ja, komm. Ja, nicht rauffahren eigentlich, ne? Wer den hat. Hauptsache er ist dabei. Kannst du aber nicht mehr zurück jetzt? Stimmt. Rami und ich machen das schon. Ich will auch mitmachen. Ähm. Äh, hallo? Äh. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. So, jetzt habe ich einen Plan. Genau, du belebst dich wieder. So, und ich gehe jetzt die ganze Kohle absahnen. Ach du. Kein Problem. Du hast ja nicht schon 344. Da nimmt uns keiner Kohle weg. Bei Kohle sind wir geizig. Sehr schön. Ihr dürft dann gehen, aber die Kohle bleibt hier. So, da gibt es auch wieder Esswaren. Oh, Mann. Egal. Ist egal. Ist egal. Oh. Au. Ja. Ja. Ein bisschen weg hier. Oh, das ist echt. Manchmal kann ich nicht so viel reden, weil ich mich echt konzentrieren muss. Ja, ja, ja. Geht mir auch so. Das ist Wahnsinn. Mann, ich bin einfach so ein Bewegungslegastheniker bei solchen Spielen. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich bei Shootern immer. Die Leute da, die springen rum und machen und tun. Und ich dann so. Äh, äh. Muss ich diese Taste drücken? Jo, jetzt kann ich diese Kombination drücken. So, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Haben wir das hier platt gemacht. Nice. Geht weiter und da ist es fertig. Oder? Ne, ist nur noch mal abends. Oh, 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 oh. Das sieht, äh. Oh, oh. Das sieht echt cool aus. Ja. Wichtig. Schön aus. So, dann. Ich hebe erst mal ab. Ja, Entschuldigung. Märchenstuhl ist vorbei. Jetzt geht es hier ins Eingemachte. Haben wir den gestört beim Lesen? Darf ja nicht wahr sein. Ich bin gespannt, dass da noch alles für Zauber mitkommt. Aber weißt du was? Eigentlich am Ende, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sollten wir eigentlich alle, alles geskillt haben. Also beide alles geskillt haben, ne? Eigentlich ja. Weil so viele Punkte gibt es nicht zu verteilen, jetzt bei Magie zum Beispiel. Oder bei, bei, ähm, Stärke. Stimmt. Oh, du solltest auch mal was essen, ne? Aua. Jetzt habe ich irgendwas... Alter. Oh, ich glaube, ich habe die falsche Taste genommen. Auf die Nütze gekommen. Ja, ich bin down. Kein Problem. Weißt schon. Mal wieder. Mal wieder. Rami und ich regeln das. Aua. Au. Taichi und Rami-Dami. Schön. Der andere wartet da links. Der hat ein bisschen Angst vor dir. Wollte ich darauf. Jetzt traut er sich auch ein bisschen leer. Aber noch nicht so richtig. Da fallen ein paar Bananen. Sehr schön. Hau sie zu Klump. Der Rami könnte auch ein bisschen öfter eingreifen. Naja, wäre dann auch ein bisschen unfair. Glaube ich. Natürlich. Geld. Anstatt dir zu helfen, erst mal... Ah, das bin ich mir gewohnt. Ist absolut okay. Okay. Ja. Ah, jetzt. Da bin ich. Dankeschön. Oh ja, jetzt hast du damage rausgehauen gerade. Oh ja. So. Haben wir das auch erledigt. Den Tisch hier... Kann man nicht zerstören. Ey, sag mal. Wann ist denn das Level hier vorbei? Huch. Da wollte man sich gediegen mal eine bestimmte Stelle kratzen. Und da kommen schon die nächsten Gegner. Boah ey, du haust da mit deinen Blitzen rein. Das ist unglaublich. Die gehen aber auch extrem lange jetzt, ne? Ich will keine Wünze. Ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Drücken. Ja, eigentlich wäre auch schon wieder die Aufnahme vorbei. Aber wir kommen hier nicht raus. Wir müssen hier noch weitermachen. Uh. Oh Schreck, oh Schreck. Und wir haben beide fast kein Life mehr. Hast du einen Heiltrank noch dabei? Ja, ich habe noch einen einzigen. Dann trink den jetzt bitte. Meinst du? Ja. Hast du noch welche? Nein. Oh, okay. Dann trinke ich ihn ja. Oh. Okay, der sieht stärker aus. Ja, ich bin schon wieder saun. Das ist doch nicht normal. Nicht zu weit weg. Nochmal Eis. Oh. Oh, oh, oh. Oh Gott. War das knapp gerade. Also die Bombe. Oh, fuck. Sag mal, diese Bomben, die sind schon echt die Hölle. Oh ja. Bleib doch einfach mal liegen, du. Wie viel hält denn der aus? Oh. Oh. Oh, eine Waffe. Ah, hatten wir schon. Nein. Oh, du hast eine Waffe jetzt genommen. Wechsel mal die kurz aus. Wechsel die hier mal kurz aus. Mach mal D. Äh. Das ist deine Waffe, nehme ich. Ob. Äh, Agilität. Ah, zwei Adi. Nee. Aber sie sieht cool aus. Ja, ich nehme sie mal trotzdem und wechsle dann wieder zurück. Weil jetzt haben, wir müssen beide die Waffen immer erst nehmen, damit sie für uns freigeschaltet werden. Daran müssen wir uns halten am besten. Dann haben wir sie nämlich beide jetzt. Weißt du? Oh. Warum weint er? Ach so. Er ist traurig wegen seinem Freund. Oh. Das ist nicht gut. Es ist ja übel. Äh, das ist nicht gut. Oh. Scheiße. Schön, dass du dir einen Apfel geholt. Ich hab mir da mal ein Grab gegraben. Da hat er sich eine Birne. Jetzt könntest du mich eigentlich mal... Ja. Ah. Und dann bin ich auch gleich wieder tot, wahrscheinlich. Nicht ganz. Aua. Ich bräuchte... Lebenssaft. Oh. Wir den hier reinmachen. Vielleicht, um ihm noch ein bisschen Schaden zu geben, weißt du? Nee. Ah, ich komm noch nicht weg. Verdammte Axt. Ich sterbe heute nur. Das war die falsche Taste und das... Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ah, du hast dich. Sehr schön. Ah, das war die falsche. Sag mal die. Aua. Das ist unglaublich. Ich glaube, den müssen wir doch mal versuchen dann. Habt ihr das... Aua. Ich hab das Gefühl, das reicht nicht. So. Aber egal. Wir können uns auch wieder stärken. Und damit sechs Punkten. So. Ich werd natürlich voll auf Stärke setzen, um richtig böse Schaden rauszuhauen, ne? Das ist gut. Das ist gut. Ich geh natürlich da auch nochmal auf Magie. Ne, nicht auf Stärke. Da, auf Magie. Ah, ich hab nur zwei Punkte. Ah, Mist. Aber dann gibt's wieder mehr Schaden auf Magie und ja, passt doch. Passt doch eigentlich ganz gut. Warte mal, mach mal bitte... Okay. Ich hätte jetzt nur ein Magie gemacht und einmal auf ein bisschen mehr Leben, damit du ein bisschen länger durchhältst, weißt du? Ja, wär natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal. Nächstes Mal ist ein gutes Stichwort. Genau. Wir machen hier wieder einen Break. Und danke fürs Zuschauen und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nicht vergessen, Abonnieren nicht vergessen, Teilen nicht vergessen, Schreiben nicht vergessen. Basturbieren nicht vergessen. Ja. Das vergisst keiner. Das vergisst keiner. So, und dann werden wir beim nächsten Mal versuchen, hier den Boss in die Hölle zurück zu schicken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Euer Rodmeck und Teich Titti. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.